Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Dark Souls. Ja, letzte Folge und so, ne? An und für sich war ja schon geil, so rein von den Sachen, die wir alle bekommen haben. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir das jetzt mal überlege, mit den Seelen, das war schon echt bitter. Das war wirklich schon ziemlich bitter. Ja, trotz allem, ich glaube, wenn ich mir hier mal so die ganzen Rüstungsgegenstände angucke, die wir hier bekommen haben, sind alle so schwer. Jetzt hatte ich die Frage. Aber ich glaube, das ist alles noch zu schwer, dass wir da wirklich sinnvoll irgendwas machen können. Ja, gestorben sind wir auch nochmal, an diesen blöden Priester, Ritter, Krieger, Typen. Oh, das hat auch schon wieder wehgetan ohne Ende. Ach man, ja, das ist doch heute alles gerade. Das will nicht. Hallo, was ist denn das für ein Scheiß? Und Tschüss, Seelen. Ja, klasse. Ich glaube, das ist jetzt gerade so eine Phase bei mir. Ich glaube, ich eigentlich eher die Session echt beenden sollte. Wenn ich mir das jetzt gerade überlege, eigentlich schon. Das war jetzt nämlich gerade echt schlecht. Das war richtig schlecht. Was mache ich denn da für ein Scheiß? Mann. Ich reg mich gerade selber auf. Ohne Witz. Was soll denn der Kack? Oh, das gibt es nicht. Das gibt es doch nicht. Oh, regt mich das gerade auf. So schlecht auf einmal. Verrückt. Echt verrückt. Ja. Ist richtig. Ist schon richtig. Mann, was mache ich denn hier? Ich lasse mich hier gerade voll auf die Schlager-Posche ein. Das ist so dumm. Warum? Ich verstehe mich gerade selber nicht. Warum tue ich das? Ich begreife es gerade nicht. Das fühle mir gerade in meinen eigenen Schädel nicht rein. Oh, egal. Ja, du Penner. Na, komm. Mache irgendwas. Ja. Sowas dachte ich eigentlich nicht. Sowas, was weh tut. Oh Mann. Boah. Meine Güte. So schlecht. Also das ist jetzt gerade wirklich alles extrem schlecht, was ich hier tue. Was tut dir? Tolle Aussicht. Fick dich. Ich habe gerade nichts für sowas aufgelegt. Tut mir eher leid. Aber die 40.000 Seelen. Habe ich da gerade was gehört? Hä? Komisch. Ich höre hier doch die ganze Zeit. Ja, genau. Das ist nicht wahr. Fick doch die Wand an. Ernsthaft? Ich frage mich wirklich, was ich jetzt aktuell damit erreichen will, wie ich hier spiele. Also im Moment eigentlich nur eins und zwar, dass ich mich selber zur Weißglut treibe. Mann, 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 Mann. Total verkackt hier eigentlich schon. Tch. Ist es so, mit 8 ist das jetzt den Boss machen? Hm. Eigentlich schon ein bisschen dumm. Och Mann. Fick doch die Wand an. Komm, mach irgendwas. Ach toll, treten kann man dich also auch nicht. Fick dich. Was? Nicht wahr. Na komm. Aber trifft nochmal, ne? Ja, also jetzt gerade im Moment ist der Wurm drin. Da ist richtig der Wurm drin. Und ich wette... Ich werde gleich... Den habe ich jetzt total vergessen. Wieso? Alter. Na komm. Meine Güte, drei Stück noch. Ja, das wird doch niemals was. Können wir uns mit denen hier nochmal anlegen. Dann kommen wir ja auch schon wieder zurück. Hm. Hat sich ja gelohnt. Hat sich ja richtig gelohnt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, komm. Hopp, raus. Hopp, hopp. Nach hin. Was ist denn das? Was ist das? Das hätten wir schon mal. Ist das ein Rufssymbol, dass da vielleicht einer gerufen werden möchte? Ich weiß es nicht. Ach Mann, 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 Mann. Ja, jetzt sind es schon quasi fast alleine 50.000 hier auf der Ecke. Oh, ist das ärgerlich. Hier noch irgendwas? Ist das ärgerlich. Hm. Wäre ja schon fast eine Überlegung wert. Da hinten jetzt nochmal zum Leuchtfeuer zu gehen. Fick dich. Wie gesagt, fick dich. Immer schön aufs Schild. Ja, sonst nix besser, was zu tun haben. Ne? Es ist nicht wahr. Jo, ist richtig. Wenn man uns das auch sparen kann. Ja, ich sehe wieder nix. Jo. Sauber. Ach, Mann. So wird das doch nix hier. Meine Fräse. Ich gehe jetzt zum Leuchtfeuer. Ich habe die Schnauze voll. Naja. Ach, toll. Ich habe nicht mal eine erstes Mal. Naja. Mach hinne. Ach, jetzt machen die auch schon so ein Alba-Kram mit uns. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Komm rein. Ja. Perfekte Wichsen hat er. Ja. Super schlau. So, komm. Uiuiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Beide Leuchtfeuer sind irgendwie scheiße. Muss ich mal sagen. Ja, also doch lieber zu dem Letzten. Ach, Sulz. Geht ja nicht anders. So hat das ja keinen Sinn. So hat das ja keinen Sinn sonst. So, können wir noch einmal aufsteigen? Ich glaube nicht. 18.000. Hm. Wäre jetzt gerade noch einmal gewählt, ein paar Seelen zu schlucken. No, machen wir einfach mal. 10.000. Nice. Das ist gut. So, Stärke 30. Das ist doch schon mal was. 15.000 würden wir kommen. Das bringt uns also nichts. Hm, 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 hm. Ja, das ist großschwert. Wie kriegen wir jetzt noch Gewicht runter? Wie kriegen wir Gewicht runter? Ich würde das jetzt nämlich mal gerne testen. Oh, oh, oh. Das wird wohl eine ganze Menge sein, was wir runter machen müssen. Okay. Damit würde es gehen. Gucken wir mal. Wie sich das jetzt damit spielt. Ja, noch langsamer. Oh, 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 oh. Nee, nicht gut. Nee, das ist ja wohl für ein Eimer. Irgendwie. Geht so. Schaden ist aber echt zu gering. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Drachenzahn. Okay. What the heck? Drachenzahn. Okay. Was macht man denn da? 40 Stärke. Hm. Dann nehmen wir erstmal nochmal unseren Speer. Ich probieren das dann damit nochmal. Dumm, 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 dumm. Ich sehe was. Ja, irgendwie ist jetzt gerade der Wurm drin. Ich weiß gerade auch nicht warum. Um ehrlich zu sein. Aber jetzt so gerade... Da klappt hier irgendwie gerade nichts mehr. Jetzt haben wir auch nicht mehr genug Seelen. Ach, das ist doch alles kacke hier gerade. Das ist doch gerade alles kacke. So. Einmal bitte die Seelen wieder. Fick doch die Wand an. Ja. Gut, dass wir gerade die Seelen nochmal ausgegeben haben. Ich sage ja, irgendwie ist jetzt gerade der Wurm. Endgültig drin. Das ist... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gerade nicht, was ich mir dabei denke. So zu spielen, wie ich gerade spiele. Das ist gerade total... Merkwürdig. Fick dich doch, ey. Du Arschloch. Du dummes Arschloch. Autsch. Mann, 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 Mann. einfach nur schlecht wirklich einfach nur schlecht so, hier rein jetzt auch gerade gar nicht mal so rumfackeln ihn schon wieder fast vergessen so, eine Mistmarde, ne? oh, lass mich mal raus hier ist klar ist schon klar ich komme auch immer noch nicht über diese 40.000 Seelen hinweg, muss ich sagen oh, Mann was mache ich denn da für einen Scheiß was? verdammter Fixer Mistmarde meine Güte kann doch alles hier gerade nicht angehen ernsthaft nein naja, ist schon richtig nicht gerade so souverän nicht gerade souverän die ganze Kack hier nur am Scheiße machen nur am Scheiße machen so machen wir noch mal gucken ich meine, die Typen haben ja selber hier mit Heiligschaden rumhandiert und jetzt ist es zu spät überhaupt nicht krank, die Reichweite von denen ach, das habe ich auch versucht ja, dann passiert genau so eine Scheiße äh mhm es ist nicht wahr man ging immer wieder gegen das Schild immer wieder gegen dieses perfekte Schild schon wieder das war sein Knie was soll die Scheiße Mann, Mann, Mann jo, ist richtig ist richtig einfach mal ins Nichts schlagen ach also wirklich Dark Souls im Moment nervst du mich na du Arsch ach, du lässt dich tot schießen na, lässt du dich nicht weil wir keine Pfeile mehr haben na Mann, Mann, Mann äh wieder klatscht sich hier hoch na, lass mich verarschen das ist mal ernsthaft das hast du doch vorher auch nicht gemacht na, chip ihn mal runter ich wusste, dass er mitkommt geil oh, lucky one Mausacke raus. Ach, willst du sogar? Autsch. Autschi. Fünf Restos. Jetzt haben wir wieder voll für den Arsch. Genauso wie das. Mann. Ja. Ich habe mir schon wieder nichts. Ja, ist richtig. Stirb einfach, Mann. Stirb einfach. So. Ja, dann machen wir jetzt lieber erstmal das. Das habe ich nämlich auch noch gesehen. Dass dieser blöde Augapfel hier nämlich am vibrieren war. Ja, möchte ich. Ähm. Wie jetzt? Spieler. Oder, hä? Da fuhr? Okay. Ach, du Scheiße. Das ist ja noch behinderter. Kannst du die nicht benutzen oder warum? Hä? Warum? Da haben wir doch Großbogen. Steht da. Haben wir natürlich nicht. Aha. Dann packen wir erstmal damit. In dem Sinne kann man nicht. Hä? Zu dumm, das zu benutzen, oder was? Scheint. Warum? Schlag. Das ist ein Schlag. Nämlich verarschen. Ach, Mann. Ey, wenn das jetzt nur einmalig ist, ne? Kriege ich den Lachgrauen. Das ist wirklich der Ritter. Dieser verwichste Hund. Aha. Das ist nicht... Ey. Ja, Zielsuchtgeschosse, genau. Fick dich doch. Ey, what the fuck. Also wirklich, Dark Souls, fick dich einfach. Also, das ist echt affig. Oh, ist das affig. Also, jetzt mal ernsthaft. Ah, wir haben nichts, um unsere Waffen weiter aufzurüsten. Da wird auch was gehen. Immerhin. Machen wir das jetzt einfach mal. Und das ist definitiv günstiger als der andere Kram. Ein funkelte da nicht, fehlt. Schade. Oh, Mann. Oh, Mann. Na gut, Leute. Also, ich brauche jetzt wirklich erstmal eine Pause. Das reicht mir jetzt erstmal genug für diese Session. Ich hoffe, ihr habt trotzdem soweit Spaß gehabt. Und, ja. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf behalt! Auf behalt! Auf peu. Auf Behalt! Boca! Aufh de bus! Auf behalt! Auf bei das.